Moin, hier herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf einem nordphysischen Marsch, vierfach Map, Version 1.9 ohne Gräben ich weiß nicht warum er hier immer anhält warum er die Wänden nicht macht jetzt einmal sage ausstarten dann macht das ganz komisch wie dem auch sei das wir hier Obst zur Brennerei bringen damit wir da wieder produzieren können, uns fehlte da Obst und das ist nicht gut ja Mensch, heute ist schon Donnerstag, nicht mehr lange, dann ist Wochenende dann gibt es wieder Streams, dann gibt es auch immer zwei Folgen jeden Tag morgen noch Freitag und dann Samstag, Sonntag zwei Folgen was ist das, ach da hätte ich auch tatsächlich doch noch ein bisschen mehr Obst das ist ja aber auch alles durcheinander wieso ist denn das alles durcheinander ich habe doch nur Pflaume geholt das ist hier aber wild durcheinander verstehe ich nicht naja egal egal wird schon laufen wird schon laufen machen wir da erstmal keinen Kopf drum, ich tue mal so als ob hier alles in Ordnung ist ich bringe hier mein kleines Vehikel mal wieder zum Hof das steht da gut wenn ich irgendwo noch eine Palette finde oder ihr wisst wo eine liegt dann könnte ich die natürlich gleich mitnehmen aber ok, Feld 22 was ist da, warum geht das da nicht weiter ok, Hafer 96% das ist natürlich klar, aber wo ist denn mein anderer Hafer Abfahrer wo ist denn mein MB Truck der ist auch mit Hafer 100% wo stockt das denn fahren die immer im Kreis ich glaube die fahren immer im Kreis deshalb fahren die nicht ab da muss ich mich gleich erstmal hinsetzen das geht ja so nicht was sind denn das hier alles für für Paletten ja, da kann ich auch nix wirklich mit anfangen so, ich muss mich erstmal hier so, das ist ja ein 900er aber der ist ja fast voll der bringt mir ja gar nix das macht er ist er auch nur im Kreis nein ok ist das long das ist nur noch ein MB Truck ich weiß nicht, ob er fährt aber er kann nicht abkippen ach, er kann nicht abkippen Silo ist voll timbar oh, das ist natürlich doof kann die nicht so viel das ist natürlich dämlich 500.000 ist voll 100% HV 91% 40% Papierpalette na gut ja, dann ist natürlich klar da muss ich jetzt mal eben hier zum Pferdehof da muss ich es eben verkaufen besuchen kann ich denn hier Hafer verkaufen hier rückwärts Hafer das ist ja auch doof voll dagegen ja, das war so klar das war so klar ja, dann müssen wir das eben anders machen und hier Hafer verkaufen jetzt ja nun alles nichts gucken wann er denn den Abladeträger findet ob er den Abladeträger so findet ob ich da wirklich rückwärts reinfahren muss gucken wie viel es dafür gibt 102.000 für einen Wagen naja nicht die Welt besser als nichts den MB-Track noch eben hier unten schnell rein zappen jetzt hier erstmal zu den Pferden erstmal vernünftig vernünftig Futter hin schon sind wir wieder über eine Million oh 2.000 2.000 1.000 2.000 j 2.000 3.000 3.000 Wisst ihr, warum das ist? Gut, wisst ihr nicht, aber hier läuft's, hier läuft's. Warum auch immer der jetzt da nicht richtig gefahren ist, ist mir jetzt aber auch egal, der soll sich jetzt eben leer machen, und die ernten ja hier nun mehr oder weniger automatisch, das ist ja kein Problem. Der ernt ja auch nicht so weite Wege hier unten bei Feld 32. Das gefällt mir ansonsten schon ganz gut. Wie geht's überhaupt unseren Tieren? Feld 13, was war noch? Feld 15, Feld 18, Feld 3, Feld 4, 5, 6, 7, 8 und das alte Gras, Feld 7, was war noch? Mann, 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 Mann. Schauen wir noch, ach, Feld 26. Feld 26 ist was drauf? Weizen. Alles noch, kann man alles noch machen? Ja, genau, jetzt wo ich da gerade Wolle sehe, wir sind ja neu in der 1.9. Und ich wollte mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Ich bin doch ein neues Lager hingekommen, ob sich das mit meinen anderen Lagern, die ich hier gebaut habe, sich das da irgendwie schneidet oder so? Nee, gar nicht. Hier schön eingebaut. Ja, super. Super, ich hatte schon Schiss. Weil ich auch eben genau wusste, dass hier... das hier was ist. Ja, das hätte man vielleicht sogar noch schöner machen können. Egal, ich will nicht motzen. Gefällt mir. Cool. Danke, Dani. Jo, die fahren vor sich hin und machen Feld 12. Raps müsste ich da jetzt eigentlich auch schon im Farmsilo haben, oder? Ja, 168.000. Nicht alle Welt, aber wir haben ja auch noch einige Rapsfelder. Dann gucken wir doch mal, ob wir da nicht noch ein bisschen was wegbringen können. Raps zu Diesel. 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 Oh, das müsste funktionieren. Raps zu화 sein. Raps zu peak. Raps zu gravit. Raps IS. Raps zu radioactive. Das ist ein super Schimmel, die brauche ich aber nicht. Die brauche ich auch nicht. Na, wo haben wir denn jetzt noch was, was ich brauche? Er ist bescheuert, wie jetzt hier aus meinem Punkt. Ja, der steht da unten, wollen wir noch einen davon? Für mich sollte ich eigentlich noch einen haben. Ich habe nur zwei, echt? Aber nicht viel. Da nützt ja nichts. Dann nehmen wir den eben. Ich kaufe jetzt deshalb nicht noch eine Zugmaschine. Wir sollten uns dann irgendwann nochmal eine kaufen. Aber nicht jetzt, wo wir nur knapp über eine Million auf dem Konto haben. Vielleicht etwas übertrieben. So, liebe Freunde der Nacht, der mittelschweren Beatmusik. Ähm, ihr kennt das. Ich wiederhole mich jedes Mal am Ende einer Folge. Kommentar, Like und Abo, wenn ihr das hinterlasst. Unterstützt ihr mich tierisch. Das freut mich. Ähm, und, äh, wenn ihr morgen am Freitag wieder reinschaltet, morgen Abend vielleicht auch einen Livestream. Ich weiß noch nicht, ob selber aus meinem Multiplayer-Spiel stand. Oder ob ich beim Fat-Action mitspiele und dann auch mitstreame. Das gucken wir mal. Das entscheide ich spontan. Ähm, vielleicht auch gar notfalls auch gar keinen Stream. Aber Samstag könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall einen Stream. Und, äh, ja, in diesem Sinn sage ich jetzt erstmal, ciao!